Willkommen meine Sturmtruppler. Wir haben es ja das letzte mal richtig richtig schwer hier überhaupt klar zu kommen. Das war ein richtiger heftiger Kampf. Was ist denn das? Alter. Das ist ein guter Start. Willkommen meine Sturmtruppler zu God of War angezockt. Wie immer noch kündig ich euch jetzt schon mal an. Das war dann vorerst mal die letzte Folge. Ich will einfach mal sehen ob das Spiel bei euch ankommt oder wie die Sache so aussieht. Boah er hat zwei von denen. Kleiner schieß mal. Hat es geklingelt. Alter. Ja ich kann ja nichts machen. Jo. Ich habe das dann in God of War so mal angezockt. Zeigen mal in den Kommentaren dass ich weitermachen soll. Haben schon schon was sollen. Jetzt erstmal nach dieser Folge mit God of War bei mir. Gucken wir mal dass wir die Typen hier noch schaffen. Wie soll man die besiegen bitte? Ich fand das das letzte Mal schon richtig heftig. Bei mir ist etwas! Echt bricht durch die Mauer. Nein! Alter, ich kann gegen so einen Move nichts machen. Nö, nix kann man gegen die Macher, wow, das ist unglaublich, irgendwie muss das doch zu Macher sind, ich will doch jetzt die letzte Folge hierher, das wird es doch nicht. Oh, vorhin sind sie nicht gefroren. Länger drücken. Hä? Ganz anderer Effekt. Oh, nein, 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 nein. Ach, Gott. Herzschuf. Wow. Konzentriere, konzentriere. Nein! Wo? Nein, 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 weg, 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 weg!!! Jetzt! Aaaaach! Ich komme nicht weg, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg! Oh ja Kleiner, schießen wir mal, schießt nochmal! Nein, der falsche, schieß noch auf der Richtige! NUM! Yo, der ist weg Oh shit War das lustig? Ich fand es lustig Uuuuh, ich habe gerade hier den Stern hingedreckt. Mit dem ersten komm ich doch jetzt schon klar. Ja, das wissen wir jetzt auch schon. Ja, das stimmt. Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Er hat die Bewegung gemacht, für das Ding ihn zu sammeln, ne? Und hat es nicht ingesammelt. Sorry, dass ich durch den Kampf ein bisschen ruhiger bin, aber das ist anstrengend. Ich will das endlich schaffen, das nervt. Da kommen immer mehr Gegner, wenn nicht. Ja, Kleiner, wisse mal! Ja! 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 Das war's für heute. Wow! Wow! Oh! Putain, putain! Oh! Putain, putain, putain! Où il y a de la piscine? Putain, putain, putain! Putain, putain, putain! Ich komme nicht los! Hilf mir! Was ist denn, Saka? Was ist denn, Saka? Was ist denn, Saka? alles in Ordnung bei dir? nee na klar noch gehts wieder? Wahnsinn also wie gesagt was ist das? wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu? das war wirällt euch nicht die wir die Ich kann dem nicht ausweichen. Ich kann nicht ausweichen. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin bereit. Ich bin jetzt total beeindruckend, der Klai. Trickoptionen für Fähigkeiten. Trickoptionen für Fähigkeiten. Trickoptionen für Fähigkeiten. Trickoptionen für Fähigkeiten. Oh, 2-Movere. Das ist ja... Das... Wie darf ich denn auswählen? Ich darf mal auswählen. Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Schon entdeckt. Wir müssen wohl wieder da rauf. Aber wie? Folge mir. Ach Gott. Hopp, kleiner. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich tüte jeden, der das versucht. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden? Aber... Ich kann jetzt kämpfen... Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Hm. Huhn-Magie hält es verschlossen. Toll! Das ist ein Siegel! Woh! 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 Zu weit weg. Okay... Wo ist das Bedeut? Wo ist das Dritte? süß Augen aufhalten du hast noch eine Kiste Ah, da ist es ein Apfel okay oh, damit können wir unsere Gesundheit erhöhen das ist hier mal sehr cool wo ist dieses Item wo ist der Apfel Dauert wahrscheinlich wohl noch wenn etwas mal herkommt Kämpfer ja, das ist was, ja wie noch das Faust bearbeitet wäre gekommen wie ist das noch nicht bereit leider erledige sie jungen boah, das ist schon mhm, kräftizieren um Nein! Nein! Uah! Alles klar! Nur die Klee! Okay! Die Klee! 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 Sehr gut Mal, stopp Was stinkt hier so? Was ist das Hellläufer? Sie sind unberührt Sie doch Los, macht schon mal Feuer Sigmund, die Mäsche So viele Tage ohne Fleisch Nein Ähm, wir? Hinter mich Und wenn Sie sich auch verwandeln? Wir müssen Sie am Leben halten Ihr Fleisch abschaben Immer nur ein bisschen Diesen Kampf kämpfe ich allein Nur einer Umzingel den Was, wir brauchen Schuss Ja 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 Beat das Ja 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 Boah, bin ich verschrockn, leck mich am Ärmel. Da hat zum ersten Mal einen Mensch getötet. Aus Notwehr noch. Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt, vor uns liegt eine weite Reise. Okay, war ja zu einfach. Der Kampf geht weiter. Warte hier, ich erledige das. Das dauert mal zu lang. Sie kam zurück. Sie kam zurück. Es ist vorbei. Dann beruhige dich. Wir müssen einen Weg nach außen finden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017